Ich wachte auf. Ich konnte mich nicht bewegen, nicht schreien. Mein Haus hatte mich begraben. Es war in meinem Mund, in meiner Nase, in meinen Augen. Sie gruben den ganzen Tag, bis sie mich fanden. Der Geschmack von Zement fraß ich in meine Gedanken, der Geruch von Tod. Ich lief weg, ins Nichts und fand mich plötzlich in einem anderen Loch begraben wieder. Wenn der Krieg beginnt, müssen sich die Bauarbeiter aufmachen in ein anderes Land, in dem der Krieg gerade beendet wurde, wartend bis ihr ihr Heimatland durchzogen hat. Dann kehren sie zurück, um es wieder aufzubauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.